DRACHEN Ah, den Boss besiegen, der... ...Bei der... ...Bei der... ...Moment... ...Der Boss, der auf dem Schiff wohnt... ...Dem werden wir bekämpfen... ...Vielleicht sogar schon besiegen... ...Mal gucken... ...Wenn wir Lust haben... ...Mmm... ...Es finde ich cool, dass ich den reparieren kann... ...Mmm... ...Große Titanic... ...Weiß ich leider nicht, wo ich die herkriege... ...Mein Schild vielleicht... ...Ansonsten meine... ...Rüstung... ...Ah, ich glaube, ich werde meine Rüstung... ...Verbessern... ...Wie viel kann ich bei dem noch kaufen... ...Nur noch zwei Stück... ...Das ist jetzt nicht so doll... ...Aaah... ...Ja... ...Streitkommen... ...soll eine sehr gute Waffe in dem Spiel sein... ...Eastog... ...Ah, es gibt ein paar Waffen... ...I'll be around... ...Jajaja... ...Ah, eine wichtige Sache... ...die ich immer mal wieder gerne gucken möchte... ...Wie viele Leute sind schon gestorben... ...Na komm, lauf... ...Ne ganz Menge... ...Kann man hier mittlerweile mehr lesen... ...Warte... ...Was... ...Ah, da, 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 das kennen wir auch... ...Und du hier auch... ...Four beings in this Land... ...with giant souls... ...And wherever you go from here... ...You'll sooner or later... ...Come up against them... ...Each... ...has a powerful soul... ...And a terrible curse... ...If that frightens you... ...Then you need to just... ...Give up right now... ...Like I have... ...Hahaha... ...Niemals... ...Ehm... ...Einmal Menschlichkeit möchte ich verwenden... ...Schwell... ...Nur noch so wenig... ...Hah... ...Nee... ...Uhh... ...Hab ich keine Sehen außer die beiden... ...Nur... 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 ...Do you ever... ...The journey of an undead... ...You'll face invaders from other worlds... ...at every turn... ...If you need help... ...Why not... ...When you face danger... ...The Blue Sentinels will... ...Protection is yours... ...If you wish... ...You need only accept the heck... ...Ach... ...Yeah... ...Let's do it... ...Blau Siegel... ...It is a wise decision... ...People are weak... ...But the Blue Sentinels... ...Watch over us in their benevolence... ...Let the Sentinels... ...Kradle you in their embrace... ...It sounds a bit creepy... ...Look at our... ...How they fret over... ...All and Sundry... ...Oh... ...Those were be... ...Oh dear me... ...That took me... ...We come guess and net... ...Seh schön... ...Do you see the way... ...There was once a great fort... ...You may just find something there... ...That will be of use on your journey... ...But don't venture too far inside... ...Or you might not come back... ...Okay... ...May you find people... ...Ahm... ...I wanted to see what this blue stone does... ...Where is he? ...Huh? ...I'm blind? ...It's a white speck stone... ...Habe I just not gotten some blue stone? bekommen applaudissegel eindringend für das blauen ich will wissen was das macht Versteckt Zauberwirkung? Eintrigen für Apostel des Blauen Okay Na dann Vielleicht werde ich damit unterstützt, vielleicht auch nicht Oh, noch viele Zeichen Oh, auf in die Niemandswerft Nice, 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 komm her Ja Na, komm schon Da dauert das Wuhu Hi Lauf doch nicht so weit vor Mach doch mal ein Schild Mö Dein Stubster Lass mich schon, bist du mitgekommen? Nein, das war nicht Geh weg Geht's hier lang? Nein Nein Ich hätte gerne so eine Kamera, wo ich sehe, wo er hin ist Daum Dann Lass mich Ich komme zur Hilfe Wow Wow Ähm, was? Wieso? Der sollte mir doch helfen So ein Dreck hier Moment Es war gerade so schön einfach mit ihm Ich habe mir doch Beide Die SOO H Sein Da Er alle nur am zocken hier kann ich hier wieder einen rufen? ja haben will na kommt schon es sind bestimmt noch ein paar Leute die mir helfen wollen ich verstehe aber nicht warum er weg ist hat man mittlerweile eine Zeitbegrenzung ich gehe mal ein bisschen zurück um wieder hin zu gehen vielleicht sind dann so neu geladen und neue da aha Hermes hallo Hermes und hallo Leaky Game tschüss doch nicht tschüss doch tschüss sag ich doch hallo Leaky Jam boah auf einmal hi let's go ich habe gedacht wir haben nur begrenzte Zeit also hä was 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 der war doch tot ich bin nicht ans Leuchtfall gegangen hä haben wir den Fall nicht getötet? kommst du mit? Junge was ist denn da? hallo? mitkommen nicht einfach stehen bleiben willst du mich verarschen Junge? willst du? alter ernsthaft wirklich man kann sich aber auch anstellen hier ich will doch nur wenn irgendwer hilft so einen ruf ich noch auf einen warte ich noch und dann gehe ich dann stelle ich mich meinem Feind kann ja nicht anstehen hier das Schiff sieht aber gut aus auf jeden Fall schönes Schiff na kommt was boah komm schon Hilfe ja versuch Blitz und was hast du da oben? ich bin cool und keiner sieht was ich schreibe weil ich hätte gern noch einen ich fände das echt nett und einen so wie der erste war nur dass er nicht weg kann warum auch immer ich kann ja schon mal ein bisschen weiter gehen und ein paar töten so wie den da oben nee das macht echt gut Schaden hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung dass der Bogen so stark ist Mensch Mensch ich möchte doch nur Unterstützung ja ich glaube dem geht es gut der schläft nun da muss ich da oben lang hier hoch lebt er nur noch die Hälfte wenns da oben da oben gabes gerade Gar nichts aber gar nichts na boom headshot boom headshot so wie komme ich da hoch muss ich von oben runter springen oder ist hier so ein hässliches Vieh wo kommt das erst oben kommt glaube ich ist oben wow fuck ich komm